einen wunderschönen guten hallo miteinander. happy halloween, i guess? ich weiß, ich hab nicht mehr viel zeit. ich dingse jetzt dings beim dings. super. was ich eigentlich... ah! scheiße, ich glaub ich hab kein hoof-eisen drauf. fuck, das ist jetzt ein bisschen scheiße. ja, hier, das... wie heißt das jetzt noch mal? natürlich. ich bin nur noch, dass es sich hinlegt. ich hab... ich hab... ich verliere den faden. weiß, nee. ich kann das nicht. warum? wie scheiße wirst du sein? lini so, ja. ich komme gar nicht voran. ich glaub... was ist denn los? ach so, was ich eigentlich sagen wollte, war... ich wollte das pferd hier... ich hab den namen vergessen. kann gar nicht nachgucken. auf jeden fall beim golden hilfs-championat testen. weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hab. das war jetzt ein bisschen ein kampf. aber sonst... ich weiß jetzt gar nicht genau, woran es eigentlich lag. ob es jetzt wieder... ich hab... irgendwie ist die perspektive mir zu nah und ich muss es jedes mal verstellen. keine ahnung warum. aber es ist schon ein bisschen... nervig. ich hab nichts gesagt. gut, ich hab vielleicht grad auch nicht richtig hingeguckt. aber vielleicht nicht. aber trotzdem... heute ist der wurm drin. ich glaub's ja nicht. ich... mich wundert es, dass die anderen noch nicht drin sind. aber ich glaub, das ist jetzt nur noch so eine sache von... sekunden. so wie ich hier immer noch hinten chill. ah ah. aber... ich glaube, das wird soweit nichts mehr. das wird auch nicht der letzte fair eben gewesen sein, weil... irgendwo bleib ich dann immer wieder hängen. sei es mental oder ingame, ist mir egal. hab ich so wenig zeit vergeudet? das mit sekunden war jetzt dann doch eine minute. brauchen wir nicht weiter drüber reden. ähm... jetzt ist dann bald halloween rum. also... klar, heute ist halloween rum. also morgen. aber in sso natürlich auch. ähm... ich würde mal eure meinung zu diesem... also geupdateten halloween... wie heißt dieses? ach, was wollte ich jetzt sagen? ja, wie ihr auf jeden fall die festung des kopflosen reiters so im geupdateten zustand findet. ich meine halt, von letztem Jahr auf dieses Jahr ist ja jetzt schon einiges noch dazu gekommen. und vor allem, was mir aufgefallen ist, was die quests angeht, ähm... haben wir einiges an XP bekommen. es war nicht weniger, es war eigentlich... ganz... eigentlich total okay. also es war nicht zu viel und nicht zu wenig zu machen. war eigentlich ein ziemlich großes Update. deswegen... haut mir mal dazu eure Kommentare in die Videos. wie sagt man dazu? gib mir mal... hä? schreibt mal eure Meinung in die Kommentare... ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. bleibt gesund und... ciao Kakao. sphlt k